Wisst ihr, was für uns oftmals überhaupt nicht förderlich ist, zumindest für einen großen Anteil anderer? Vergleichen. Sich zu vergleichen. Warum? Was wird man in der Regel tun? Der Mensch ist natürlich so strukturiert, dass es immer mit dem vergleicht, wo er noch nicht ist. Und oftmals sich auch mit dem vergleicht, wo er vielleicht nie sein kann. Gehen wir jetzt mal vom Fitnessbereich aus. Da habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sich vergleichen. So, die sagen, okay, ich bin jetzt weiblich, 1,60 Meter groß, sehen so und so aus. Und jetzt habe ich hier jemanden auf irgendeiner Social-Media-Plattform, der sieht so und so aus. So, und jetzt würde ich gerne so aussehen wie der und vergleiche mich mit dem. So, und derjenige, mit dem ich vergleiche oder diejenige, mit der ich mich vergleiche, die macht zum Beispiel diesen Sport schon seit 8 bis 10 Jahren, 5 bis 6 Einheiten der Woche, hat vielleicht sogar noch ein paar Fitness-Wettkämpfe gemacht, erlebt vielleicht auch davon, weil es ein Influencer ist, weil es ein Fitnessmodel ist. So, und jetzt kommt die liebe Nadine oder die liebe Tatan, Tatjana und sagt, ja, die sieht gut aus, finde ich gut, so möchte ich auch aussehen. So, jetzt vergleicht sie sich. Trainiert erst ein halbes Jahr, vergleicht sie sich und was passiert? Sie schneidet an diesem Vergleich schlecht ab. Oh, mein Popo ist aber viel dicker wie der Popo von der. Oh, mein Bauch sieht aber nicht so gut aus wie der von der. Oh, die Arme hat die aber die schöne Arme, ich habe keine so schöne Arme. Und vergleicht sich damit. Sie wird natürlich bei dem Vergleich verlieren, logischerweise. So, und jetzt nimmt sie sich vor, dass sie natürlich auch so aussehen möchte. Trainiert drei Mal in der Woche, macht keinen Fitness-Wettkampf, hat einen anderen Job, hat andere Voraussetzungen, hat andere Gene. Ja, und macht und tut und so nach einem halben Jahr stellt sie fest, guckt in den Spiegel, hm, ich sehe immer nicht aus wie die. Frustriert. Frustriert, eindeutig frustriert. Aber die Frage ist jetzt erstmal, macht es überhaupt Sinn, sich mit jemand anders zu vergleichen? Sind wir nicht alle ein Stück weit individuell? Sind wir. So, und dann, wenn wir uns vergleichen, ist es förderlich, sich überhaupt mit jemanden zu vergleichen? Denn oftmals kennt man ja den Hintergrund von ihm gar nicht. Man weiß ja gar nicht, was die Person alles gemacht hat, um da hinzukommen. Sei das im Sportbereich, was ich ganz oft erlebe, dass zu mir Coaches kommen, mit Bildern kommen. Mädchen, junge Mädchen kommen mit Bildern. So, und legen mir hin und sagen, so würde ich gerne aussehen. Und welches Zeitfenster hast du dir vorgestellt? Ja, ja, die hat ein Programm und das geht zwölf Wochen. Okay, dann muss ich erstmal den Dreck aus dem Karren ziehen, den Karren aus dem Dreck ziehen. So, warum? Weil natürlich das Bild, was entstanden ist von der Lady, die da was verkauft. Das ist ja nicht ein Bild, dass sie das zwölf Wochen gemacht hat, sondern diese Dame, dieses Testimonial, macht das ja schon seit zum Teil Jahren. Sie lebt davon, ist ihr im Beruf und wird natürlich auch von der Firma vermarktet. Entsprechend gibt es super Bilder von ihr, mit Photoshop bearbeitet. Zusätzlich eben hat sie vielleicht auch eine ganz andere Voraussetzung genetisch. So, und jetzt verkauft ihr ein zwölf Wochen Programm. Und diese Dame, diese Tatjana, oder wie sie heißt, möchte auch so aussehen. Und stellt natürlich nach ein paar Wochen fest, dass es nicht funktioniert. Und was passiert? Sie ist frustriert. Und wenn sie frustriert ist, was passiert? Richtig. Sie wird letztendlich entweder weiter das Ziel verfolgen mit wahnsinnig hoher Energie, wird natürlich vielleicht eventuell aus einem ehemaligen freiwilligen Training, aus einem ehemaligen schönen Vorhaben eine Zwangshandlung generieren. Das heißt, sie wird alle Register ziehen, um letztendlich irgendwie an dieses Ziel zu kommen. Aber nur, weil sie sich vielleicht mit der völlig falschen Person verglichen hat, überhaupt nicht überlegt hat, was hat die Person überhaupt dafür getan, um da zu landen. Da wird manchmal ganz schön naiv vorgegangen. Natürlich beruht die Marketingstrategie darauf, genau das zu provozieren. Viele Plattformen beruhen darauf, sich zu vergleichen und im Vergleich schlechter abzuschneiden. Und viele Plattformen, die dann natürlich auch Ängste produzieren bei diesen Menschen, dass sie nicht so aussehen werden. Und entsprechend dessen entstehen dann Handlungen von den Menschen, die definitiv dauerhaft nicht gesund sind. Und somit ist die große Frage, inwieweit es Sinn macht, sich überhaupt zu vergleichen. Natürlich gibt es Menschen, die diese Vergleiche vertragen. Es gibt ganz unterschiedliche Strukturen von Menschen, unterschiedliche Resilienzen, was Menschen haben, also Stressstärke. Aber manche Menschen setzen sich dann ein Szenario aus, des Vergleiches, was ihnen definitiv nicht gut tut und was dafür sorgt, dass sie eben das, was sie tun, nicht mehr aus Spaß tun, sondern es wird eine Zwangshandlung draus. Im Bereich der Bewegung, im Bereich des Essverhaltens, Zwangshandlung. Das ist jetzt in meinem Sportbereich ganz oft der Fall. Kann man aber auch spiegeln. Ich habe zum Beispiel auch Coaches, die das gleiche im Businessbereich machen. Ja, es gibt Menschen, die sagen, du musst deine Ziele so und so hochstecken und zwar 150% am besten über das, was du erreichen kannst, dass du natürlich ein hohes Ziel erreichst von mindestens 100%. Es gibt Menschen, die können das. Es gibt Menschen, die zerstören sich deswegen nicht. Aber pauschal diese Aussage zu treffen kann man nicht, weil es ganz viele Menschen gibt, die sich dadurch verheizen durch diese Vergleiche, weil der Vergleich hinkt. Und so gibt es auch ganz viele Menschen im Businessbereich, die sowas tun, die letztendlich natürlich auch hergehend sich vergleichen mit Menschen, die zum Beispiel schon 20 Jahre machen und dadurch einen Status erreicht haben, fangen die an, sich zu vergleichen mit diesen Menschen. Jetzt muss ich mal gucken, da vorne blinkt es gerade. Welcher blinkender ist, glaube ich, ist der hier, der braucht gleich ein bisschen Saft, den müssen wir gleich auffüllen. So, ein bisschen hält er noch durch. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, ob es tatsächlich, oh ist er jetzt ausgegangen, ist er jetzt ausgegangen und da läuft er noch. Müssen wir mal gucken, Freunde, also lasst euch nicht irritieren, bin gleich wieder da, bin gleich wieder da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, noch läuft es. So, bin wieder da. Der liebe Cedric wird es dann schneiden, hoffe ich mal. So, und deswegen ist auch hier natürlich wichtig zu überlegen, macht dieser Vergleich überhaupt Sinn? Habe ich mich mit der richtigen Person verglichen und wohin führt dieser Vergleich? Führt dieser Vergleich dahin, dass ich einfach viel zu viel Druck ausübe, viel Maßnahmen ergreife, die letztendlich mir nicht gut tun? Und ich habe solche Coaches auch im Business-Bereich, die ihre Ziele natürlich ganz hoch gesetzt haben, in einen Bereich, wo die Wahrscheinlichkeit ganz geringsten erreichen werden. Aber sie sind da voll dabei und voll motiviert und haben jetzt schon die ersten Anzeichen, wie zum Beispiel Tinnitus, die haben die ersten Anzeichen wie innere Unruhezustände, können nachts nicht mehr schlafen, die schlafen nicht mehr durch, die wachen morgens zu früh auf, die sind ungeduldig, die sind unruhig, die können nicht mehr richtig essen und wenn sie essen, stopfen sie alles in sich rein, die brauchen abends schon eine Flasche Wein, um schlafen zu können. Nur aus einem Grund, weil sie im Vergleich eingegangen sind, im Vergleich, damit die Realität so nicht übereinstimmt, der irrational ist. Und warum geht man solche Vergleiche ein, wenn sie letztendlich zum Scheibenvorteil sind? An was liegt das? Das ist die große Frage. Das ist die ganz große Frage, warum tun wir das? Weil wir alle erfolgreich sein wollen, weil wir alle mit dem, was wir haben, nicht zufrieden sind. Natürlich, die Wirtschaft funktioniert so, dass wir nicht zufrieden sind. Wenn wir ein Auto gekauft haben für 30.000 Euro, wollen wir im nächsten Mal eins für 50.000. Wenn wir eine Hose haben für 100 Euro, wenn wir im nächsten Mal eins für 120 Euro. Wenn viele Menschen mit Hosen rumlaufen, die schöner sind wie meine, teurer, möchte ich sie auch haben, weil natürlich, wenn man in den sozialen Bereich rein möchte, möchte, weil man in seiner Sippe sein möchte. Und somit hat jeder so ein Idealbild im Kopf, wo möchte ich hin, was muss ich dafür tun und rennt dann und gibt alles und gibt Vollgas. Und das kann eben einfach dazu führen, dass sich Menschen komplett verheizen, weil diese Vergleiche für viele Menschen nicht funktionieren. Ganz oft auch bei Social-Meter-Plattformen, da scrollen die Leute durch, boah, der ist schon wieder in Hawaii, boah, der hat einen Ferrari gekauft, boah, der ist schon wieder in Italien im Urlaub, boah, der sitzt gerade in erster Klasse im Flugzeug, boah, der hat eine Halskette gekauft, boah, der hat eine Uhr, eine geile Uhr. Und nebenan ist die passende Werbung dazu. So, und das generiert natürlich eine gewisse Unzufriedenheit. Und diese gewisse Unzufriedenheit, tja, die hat Programm, die kurbelt die Wirtschaft an. Und dann gibt es Menschen, die sich dann sagen, so, das kann nicht sein, da möchte ich auch hin. Und dann fangen sie an zu rennen. Fangen sie an zu rennen und rennen und rennen und gönnen sich keine Pause mehr und verheizen sich dadurch. Genau deswegen ist immer die ganz große Frage, Lieben, sollen wir uns immer vergleichen? Mit wem sollen wir uns eigentlich vergleichen? Natürlich ist gut, das Ziel nicht nach uns orientieren, sondern leicht nach oben. Aber hier, hier die Dosierung, wo geht es überhaupt hin? Was ist sinnvoll für mich? Was macht Sinn für mich? Wie kann ich mich orientieren? Welchen Maßstab setze ich? Das ist die Herausforderung. Und ganz viele Menschen verbrennen daran, weil sie ihre Ziele zu schnell zu hoch stecken und sich daran verbrennen. Und letztendlich, wenn der Käpt'n stürzt, wenn das Schiff dann in der hohen See im Sturm vor sich hin dümmelt, der Käpt'n funktioniert nicht mehr, dann hat das Ganze nichts gebracht. Deswegen meine Empfehlung, achtet darauf, mit wem ihr euch vergleicht. Achtet darauf, dass der Vergleich nicht hinkt. Achtet, dass der Vergleich zu euch passt. Orientiert euch an das, was ihr erreichen könnt. Natürlich könnt ihr die Latte hochlegen, aber nicht zu hoch. Das ist die Herausforderung, damit ihr euch nicht verbrennt. Meine Empfehlung, Freunde, ich wünsche euch bei dem, was ihr jetzt gehört habt, bei der Umsetzung ganz viel Spaß und freue mich über euer Feedback unten. Einfach mal unten drunter kommentieren und liken, konstruktive Kritik, Ideen geben, was immer ihr wollt. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis bald. Hier war Andreas Trinbacher, bekannt auch als Mr. T.